In anderen Videos haben wir schon darüber gesprochen, dass die Nebenwirkungen einer Chemotherapie sehr vielfältig sein können und auch bei jedem Menschen anders ausfallen können. Eine Nebenwirkung, die viele Patientinnen und Patienten erleben, ist die Mucositis. Das ist der medizinische Fachbegriff für eine Schleimhautentzündung. Und von so einer Entzündung können im Prinzip alle Schleimhäute des Körpers betroffen sein. Von der Mundhöhle bis hin zum Enddarm. Die Stomatitis ist besonders häufig, das ist dann wiederum der Fachbegriff für eine Entzündung der Mundschleimhaut, also Stomatitis. Die spielt sich, kann man ja relativ gut zeigen, im Mundraum ab. Also alles, da wo du merkst, dass es feucht ist im Mund, das ist Schleimhaut und die gibt es ja öfter im Körper. Aber da ist sie halt eben ganz besonders typisch, dass sie angegriffen wird. Also die Mundschleimhaut eine Stomatitis, wenn sie entzündet ist. Bei einer leichten Mundschleimhautentzündung ist die Schleimhaut meistens noch so ein bisschen gerötet. Vielleicht auch ein bisschen wund, ohne zu schmerzen. In der Regel ist dann normales Essen auch noch möglich. Wenn sich die Entzündung aber verschlimmert, können die geröteten Bereiche im Mund anfangen, weh zu tun. Und das Essen wird dann wahrscheinlich ein bisschen unangenehmer. Dazu kommen wir gleich noch. Im Moment fragt ihr euch aber wahrscheinlich, wie es überhaupt zu den Entzündungen kommt und ob man das nicht irgendwie umgehen kann oder ob sich das nicht irgendwie verhindern lässt. Also fangen wir mal am Anfang an an, am Anfang an an. Zu einer Schleimhautentzündung kommt es, weil die Chemotherapie, die du oder euer Kind gerade oder vielleicht auch demnächst bekommt, auch die gesunden Schleimhautzellen angreift, weil sie ja auch zu den schnell wachsenden Geweben gehören. Es geht ja darum, die sich schnell teilenden Zellen anzugreifen, das sind ja Krebszellen. Aber schnell wachsen und schnell teilen tun sich eben auch die Zellen der Schleimhäute. Und dabei muss dann aber natürlich auch ganz klar gesagt werden, dass es zu einer Schädigung mit anschließender Entzündung kommen kann, aber nicht muss. Ob die Schleimhautentzündung auftritt und wie stark sie ausgeprägt ist, das hängt unter anderem von der Chemo ab. Aber wenn es dich oder euer Kind erwischt hat, dann helfen natürlich auch ein paar Tipps, die sich am Kitz bereits bewährt haben. Also los geht's, wir machen das ganz praktisch. Weiter Zähneputzen. Erstens, wenn die Schleimhaut im Mund geschwollen ist und vielleicht sogar weh tut, dann möchte man am liebsten gar nicht mehr putzen. Kann ich verstehen. Aber ihr wisst ja, Zahnpflege ist super wichtig. Wenn ihr eine weiche, sowas wie so eine Babyzahnenbürste, auch ganz weich benutzt, dann ist das Putzen deutlich angenehmer und verletzt und reizt nicht so. Dreimal täglich nach den Mahlzeiten reicht auch völlig aus. Zweitens, mehrmals täglich spülen. Die Pflegerinnen und Pfleger haben gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man den Mund alle ein bis zwei Stunden oder auch vier bis sechs Mal am Tag mit Wasser, ganz normalem Wasser oder zuckerfreiem Tee oder speziellen Spüllösungen aus der Klinik ausspült und so ein bisschen befeuchtet. Am besten fragt ihr einmal auf der Station nach einer geeigneten Flüssigkeit oder einer geeigneten Lösung, also was für euch am besten passt. Und ganz wichtig, bitte keine Mundspülung aus dem Supermarkt oder hier den Drogerieketten verwenden. Die haben nämlich nicht selten oder manchmal Alkohol oder auch ätherische Öle, wodurch die Mundschleimhaut nur noch zusätzlich gereizt wird. So drittens, Schonkostessen. Alles, was sauer, fruchtig, scharf, salzig, sehr heiß oder sehr kalt ist, reizt die Schleimhaut. Jetzt gerade genau zusätzlich. Das möchte man nicht unbedingt. Das gilt auch für alles, was besonders trocken, hart oder bröselig ist. Deutlich besser ist es dann mit weicher, lauwarmer Kost, die nicht so ganz krass gewürzt ist. Also nicht zu stark gewürzt ist, zum Beispiel mit weichem Gemüse oder einer Suppe. Wichtig ist, dass man nach Möglichkeit nicht aufhört zu essen, nur weil man denkt, das tut sowieso so unangenehm, denn dein Körper, der braucht ja jetzt Energie oder der von eurem Kind. Also Energie ist jetzt ganz wichtig und die Nährstoffe natürlich auch. Die sind ganz besonders dringend jetzt. Die braucht der Körper wirklich. So, wenn es dann zu Problemen beim Trinken kommt, dann kann tatsächlich ganz simpel ein sträumen, helfen. Also das ist manchmal so ein kleiner Trick, der wirklich sehr gut helfen kann. Und dann ist natürlich wichtig, um Hilfe bitten. Es ist total okay, wenn ihr euch bei den Pflegerinnen und Pflegern meldet, wenn du oder euer Kind Schmerzen hat. Sie können dann gemeinsam mit euch überlegen und beratschlagen, welche Medikamente dir oder eurem Kind jetzt am besten helfen. Und sie können dann auch gemeinsam mit euch entscheiden, wie lange man mit der Entzündung zum Beispiel zu Hause bleiben kann und wann es sicherer ist, zu sagen, jetzt kommen wir doch mal ins Krankenhaus. Und ganz wichtig, bitte zu Hause nicht auf eigene Faust irgendwelche freiverkäuflichen Schmerzmittel nehmen. Vor allem nicht, wenn Fieber auftritt. Also hier, das ist jetzt natürlich auch ein elektrisches, das ist einfach symbolisch ein Fieberthermometer. Also denkt dran, ab 38 Grad Fieber, also Temperatur 38 Grad heißt es ohnehin, ab in die Klinik, damit das Behandlungsteam alles einmal gut im Blick hat. So, und fünftens, Veränderungen ansprechen. Ihr wisst ja, es ist wichtig, dass das medizinische Personal immer auf dem neuesten Stand ist, wie es dir oder eurem Kind gerade geht. Und das gilt natürlich auch für den Mund. Also wenn ihr noch mehr Veränderungen feststellt, zum Beispiel eine wunde Stelle, Herpesbläschen, weiße Belege oder irgendwas in der Art, dann sagt am besten gleich einer Pflegerin oder einem Pfleger Bescheid, persönlich oder auch telefonisch, damit sie sich darum kümmern und die Stellen behandeln und versorgen können. So. Und nun fragt ihr euch wahrscheinlich, wie lange es denn bitte dauert, bis sich die Schleimhaut wiederholt? Das ist bei jedem Menschen ein bisschen anders. Und letztlich muss man warten, bis sich die Schleimhaut wieder erneuert. Aber es hat sich gezeigt, dass sie sich erholt, sobald sich die Blutwerte erholen. Sobald die sogenannte Aplasie-Phase vorbei ist, erholt sich auch die Schleimhaut wieder. Wenn ihr mehr über die Aplasie wissen möchtet, dann könnt ihr euch dazu auch nochmal ein extra Video anschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.